Aber jetzt wollen wir erstmal Urlaub machen. Hoffentlich spannen Sie auch mal richtig aus. Und wie? Jetzt kann ich nicht weg. Himmel! Der Borowski ist im Urlaub, der Sonnemann auch. Jetzt muss ich natürlich die Stellung halten. Und wir haben ja unseren Garten. Da ist es auch schön. Die ganzen Ferien zu Hause hocken. Das muss ich doch auch, Sabine. Naja, du bist ja auch schon älter. Allein nach Italien. Ihr könnt ja nicht mal Reifen wechseln. Mann, das kann man doch lernen. Mama, die braucht ja Ruhlung. Ich weiß, Leute wissen doch gar nicht, wie schön, dass morgens am Meer ist. Wenn Sie einen Moment warten, dann komme ich gleich mit. Ja. Schön, dass wir uns mal ein bisschen besser kennenlernen. Das finde ich auch. Wo wir schon so lange in einem Büro sitzen. Komisch. Das hat doch nichts mit der Strafe des Himmels zu tun, sondern höchstens was mit Italien. Ja, was soll ich denn jetzt bloß machen? Erst mal ausschlafen, das hilft.